Hii Leute, mi gehts euch und alles klar bei euch ich hab heute eine zintron challenge yay und auf der anderen seite bzw auf der guten seite sitzt E-Brandy und auf der anderen seite die zintrone Also Leute, die Challenge geht folgendermaßen Und zwar werde ich Nämlich pro Kill Ein Schlückchen Zitrone trinken Ich weiß nicht wie das ist, muss ich ganz ehrlich sagen Ist so, ich weiß es wirklich nicht Weil ich das noch nie gemacht habe, ich hätte einen Testschluck machen sollen Ich hoffe das ist jetzt nicht so arg So, so Ich darf nicht sterben, wenn ich gestorben bin Auch wenn ich runterfalle von mir selbst her Muss ich jetzt Zitronen trinken Oder schlucken Oh, schlucken Ein Eisen Dann noch haben wir hier zwei Eisen So ein Schwert Und ein Steinschwert Haben wir eine Truhe Eine Truhe brauchen wir Zwei Eisen, dann machen wir nämlich eine Truhe Zack, zack Zack Zack, zack Wir spielen ganz normal, ganz normal Ist logisch Sag mal Das darf ich ja gar nicht weg tun So Dann Welcher Pisse hat das jetzt gerade abgebaut Das ist verarschen Hey, die Leute haben das einfach zugebaut Ach, ich habe noch Blöcke Ich bin gesagt, ich darf nicht runterfliegen Okay, er ist tot Okay, okay Boah, Alter Spannung, Spannung, Spannung Ich habe wieder so einen Scheiß So ein Team Jetzt kommt der nächste Ja Alter, es gab lange eigentlich keine Folge mehr Wo ich was geschnitten habe Schießt schon wieder mit dem Bogen auf mich Nicht mit mir, Motherfucker Nicht mit mir Scheiße Okay, Zitrone Ich hätte mir ein Glas machen sollen Ah, fuck Wo soll ich denn das jetzt rein tun Egal Ich hoffe Okay Okay Oh 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 Also nicht sauer Aber es schmeckt von scheiße Und es ist auch recht komisch Ich glaube ich mache schnell eine kleine Pause Weil ich muss mir ein Glas holen Dann muss ich das das rein tun Also Also bis gleich So Da bin ich wieder Alter Schwede Ich habe mir jetzt ein Glas geholt Und ich habe kurz meine Lippen abgeleckt Oh Abgeleckt Und Ja Da ist was passiert Und zwar Gerade mal was da passiert ist Während ich mich das abgeleckt habe Dann kam der richtige Moment Der richtige Schockmoment Also der richtige, richtige Schockmoment kam da So Danny Bray He fucked up Das kann doch nicht dein Ernst sein Okay Warte mal Ich trinke gleich Der ist ja gleich hier Okay Jetzt ist das Das muss ich jetzt in ein Glas rein tun Mal schauen ob jetzt das der Schockmoment da steht Alter halt in die Webcam Mmmh Lecker Das ist so ein Das ist so eine Zitrone Das genau auf das Schnitzel kommt eigentlich Und ich mag das eigentlich total Aber wenn das rein so das schmeckt Boah Okay Auf Brandy Games Das ist so eine Zitrone Oh 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 Alter Oh Alter Oh Oh und ich bin noch mal gestorben das bringt mich zum kotzen ich werde das sicher nicht mal noch mal schaffen ich nehme jetzt nicht so viel meine Augen drehen schmeckt das scheiße das erinnert mich an ein Medikament das ich nehmen musste ich muss kotzen bald oh ne Scheiß Alter schmeckt das scheiße oh ich hoffe das Video hat euch gefallen alter Schwede oh alter nie wieder nie wieder nie wieder mache ich so ne scheiße Zitronen Challenge nie 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 wieder alter oh alter hätte ich nie Webcam oh alter oh alter oh das ist das Schlimmste was ich überhaupt gemacht habe weißt du die erste Challenge war also das erste was ich gemacht habe Flachwitze Challenge das ist das allererste das ist schon mega alt und jetzt mache ich eine Zitronen Challenge Alter bin kurz vom kotzen oder was oh das ist ja schon abgelaufen alter ich verwende das immer noch alter Schwede das war jetzt ne eklige eklige Challenge eine eklige Challenge alter oh und der Bauch alter ich hätte was vorher essen sollen bevor ich das mache oh ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr angibt einen Daumen hoch für mein Leiden einen Daumen hoch ich will mindestens fünf Daumen hoch sehen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann ja dann ist es ja dann haben wir es geschafft und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann gibt einen Daumen hoch wenn nicht dann halt nicht und ich möchte wie schon gesagt fünf über fünf Daumen hoch ziehen für diese Challenge wo ich mich fast angekotzt habe ja und dann tschau Leute bis zum nächsten Video tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017